Eine Welle von Raspberry Pis, das klingt irgendwie utopisch, aber hier hat sich einiges getan. Doch der Reihe nach. Da ist der Raspberry Pi nur schlecht verfügbar und wenn, dann meistens ziemlich teuer ist. Das dürfte für alle, die hier regelmäßig Videos schauen, keine große Neuigkeit sein. Mein erster Beitrag dazu ist von N2021. Seitdem gab es von mir immer wieder Aktualisierungen mit dem jeweils neuesten Stand. Anfang Juli hat sich hier in kurzer Zeit vieles getan. Was das genau ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf uLabs.de findest du noch viele weitere Artikel und auch Videos rund um den Raspberry Pi, sowie andere Inhalte aus unseren Themengebieten. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau gerne mal vorbei. Fangen wir mit Amazon an. Hier ist der Raspberry Pi 4 mit 4 GB Arbeitsspeicher für derzeit 83,90 Euro inklusive Versandkosten lieferbar. Das finde ich am erstaunlichsten, denn als Verkaufsplattform hat Amazon den Raspberry Pi teilweise zwar auch nicht verfügbar gehabt, aber oft gab es Angebote, die jedoch massivst über selbst den üblichen teureren damaligen Preisen lagen. Teilweise hat man hier noch vor wenigen Monaten für das gleiche Produkt über 200 Euro pro Stück bezahlt, und zwar ohne großartiges Zubehör. Daher müssen wir hier mit der Wertung auch etwas vorsichtig sein. Natürlich waren die Preise vor der Pandemie nochmal deutlich günstiger. Zum Beispiel wurde Raspberry Pi mit 4 GB Arbeitsspeicher im Jahr 2019 noch ganz selbstverständlich und massenhaft für knapp 60 Euro angeboten. Aber dabei vergisst man, woher wir kommen. Schon Ende 2021 stieg der Preis für die gleiche 4 GB Variante bei freien Händlern auf 90 Euro. Und das war ja erst der Anfang. Es dauerte nicht lange, bis die Preise problemlos dreistellig wurden und viele Händler gar nicht lieferfähig waren, sondern den dann für 140, 150 Euro angeboten haben mit Lieferfrist in irgendwie 3, 4 Monaten und ähnliches. In der Zeit war der Pi meistens dem freien Markt unterworfen. Die offiziellen Händler, die waren gar nicht lieferfähig oder wenn, dann eben bloß kurze Zeit mit ein paar hundert oder höchstens ein paar tausend Stück, was bei weitem nicht reicht, um die Nachfrage zu befriedigen. Man könnte jetzt denken, naja gut, das ist das bekannte Spiel, das wiederholt sich. In ein paar Stunden spätestens sind die ausverkauft. Ich ordne das jetzt mal komplett anders ein. Und ich werde dir jetzt vier Gründe zeigen, die belegen, dass wir hier von einem Gamechanger reden, wie man so schön sagt, der das Ganze nachhaltig verändern wird und zwar zum Positiven. Erstens sinken die Stückzahlen nur sehr langsam. Während der Erstellung dieses Beitrages habe ich einen größeren Raspberry Pi Shop beobachtet, der die genaue Stückzahl angibt, die er gerade auf Lager hat. Am Samstagmittag hatte er diese noch 231 Exemplare vorrätig. Ziemlich genau 24 Stunden später hat er vom gleichen Produkt noch 211 Stück, also gerade mal 21 Stück verkauft. Weniger als einer pro Stunde ist extrem wenig. Ich beobachte den Markt schon länger und es ist üblich, dass diese Angebote innerhalb von Stunden ausverkauft sind, teilweise sogar noch schneller. Und das oft unter der Woche. Teilweise kommen diese Angebote mittags, wo die meisten Menschen arbeiten sind und daher nicht dort bestellen können. Der Shop hat aber schon am 3.7., das ist der erste Montag in diesem Monat, per E-Mail über diese Lieferung informiert. Seit fast einer Woche ist der Pi dort also lieferbar und noch nicht ausverkauft. Noch vor kurzem völlig undenkbar. Die einzigen Pies, die in letzter Zeit mal längere Zeit verfügbar waren, sind größere Kits mit viel Zubehör, die entsprechend teuer sind. Die sind dann nicht direkt nach Stunden weg, aber nach ein paar Tagen hat auch jemand die gekauft. Hier reden wir aber wie gesagt von, in Anführungsstrichen, nackten Raspberry Pis ohne Zubehör. Das ist das, was am beliebtesten ist, wenn man sich so das selber zusammenstellen kann oder vielleicht auch das Zubehör gar nicht braucht, weil man das schon ausgestattet ist. Das deutet darauf hin, dass wir hier nennenswerte Mengen im Umlauf haben, die deutlich größer sind als die bisherigen. Punkt Nummer 2 ist eine breitflächige Lieferbarkeit. Bisher war das meist ein einzelner Shop, der beliefert wird und das abverkauft, aber nie die breite Masse. Allein hier in Deutschland haben wir aber gleich mehrere Shops, die in Raspberry Pi 4 anbieten. Raspberry Shop zum Beispiel, der verkauft ihn für 72,99 Euro. Da kommen nochmal 5,99 Euro Versand hinzu. Versandkostenfrei ist es erst ab einem Bestellwert von 150 Euro. Das heißt, um die Versandkosten kommt ihr nur herum, wenn ihr euch mit reichlich Zubehör eindeckt oder mehrere Pies gleichzeitig kauft. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich rede davon, dass eine Person von euch mehrere Raspberry Pis auf einmal bestellt. Nein, doch! Damit kommen wir zu meinem dritten Argument. Die Mehrheit der offiziellen Verkäufer haben die Beschränkungen bei der Stückzahl, die man pro Person bestellen kann, mindestens angehoben oder manche sogar komplett entfernt. Durch die Knappheit hat es sich ja bei den autorisierten Händlern etabliert, dass sie das Ganze beschränken. Man konnte nur ein pro Kopf oder auch pro Haushalt kaufen. Raspberry Shop zum Beispiel verkauft euch jetzt drei Stück pro Person bzw. Haushalt und auch das immer nur pro Monat. Das heißt, im nächsten Monat könntet ihr nochmal bestellen. Relectron macht das Limit von der Variante abhängig. Der reine Raspberry Pi 4 ohne Zubehör ist weiterhin auf ein Stück pro Kunde begrenzt. Das offizielle Komplettpaket, also mit Gehäuse, Netzteil, Kühlkörper und einem HDMI-Adapterkabel, kann zweimal gekauft werden. Ähnliches gilt für andere Pakete. Zum Aufnahmezeitpunkt waren bis auf zwei Kits alle lieferbar und hier jeweils mehr wie 100 Artikel vorrätig. Funk24 hat die Beschränkungen sogar komplett entfernt. Für 66,90 Euro könnt ihr dort so viele Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM bestellen, wie ihr möchtet. Fast überall kommen noch Versandkosten hinzu. Bei Funk24 sind es pauschal 6,90 Euro. Punkt 4. Mehrere Modelle sind parallel lieferbar. Neben dem Raspberry Pi 4 erhaltet ihr auch das Compute-Model, den Zero W und auch den Raspberry Pi 3. Ja, der Vorgänger ist deutlich langsamer, hat weniger Arbeitsspeicher. Es gibt aber nach wie vor Projekte, wo das vollkommen ausreicht. Zum Beispiel, wenn der Fokus auf den GPIO-Ports liegt oder man nicht 10 Dienste, sondern vielleicht bloß einen Pi-Hole betreiben möchte. Wem das ausreicht, der kann ihn für 44,50 Euro deutlich günstiger bekommen als den Raspberry Pi 4. Falls ihr beim Zero W schockiert seid, dass der alte Zero so vergleichsweise teuer ist, hier möchte ich kurz daran erinnern, dass die Raspberry Pi-Organisation sich schon vor längerem genötigt sah, aufgrund der generell gestiegenen Ressourcenpreise auch die Preise für die Produkte zu erhöhen. Das betraf nicht alle Pi's, aber vor allem den Raspberry Pi Zero, den hat es ziemlich stark erwischt. Bis Ende 2022 gab es den für 10 Dollar, danach wurde er angehoben auf 15 Dollar. Bei der 2-Gigabyte-Version von Raspberry Pi 4, da wurde eine Preisreduktion zurückgenommen. Und zwar als Geburtstagsgeschenk hat man dort Anfang 2020 die 2-Gigabyte-Edition von 45 US-Dollar auf 35 Dollar reduziert. Damit wollte man die gesunkenen Arbeitsspeicherpreise an die Community weitergeben. Mit Corona und Co. ist dann jedoch alles wieder teurer geworden, das kennt ihr sicherlich alle nur zu gut. Daher musste diese Reduzierung Ende 2021 wieder zurückgenommen werden. Das soll eine temporäre Maßnahme sein, derzeit ist die aber noch in Kraft, das heißt der Raspberry Pi 4 mit 2 GB RAM, der kostet wieder wie zuvor 45 US-Dollar. Die Lage sieht gut aus, mehrere Shops können größere Menge an Raspberry Pi's seit mehreren Tagen liefern. Bereits das ist schon eine Neuigkeit, die es längere Zeit nicht mehr gab. Ein Teil der Shops hat die Beschränkungen pro Kunde zumindest gelockert, manche sogar komplett aufgehoben. Dazu sind die Preise massiv gesunken, verglichen mit denen, die wir seit Monaten oder mittlerweile fast schon Jahren kennen. Zwar sind noch nicht alle Varianten und Modelle verfügbar, auch von den Millionen von Stück sind wir noch etwas weg. Aber wir haben eben vier starke Punkte, die ganz klar darauf hindeuten, dass wir auf dem richtigen Weg sind, damit sich die Situation wieder normalisiert. Es wird voraussichtlich eine Frage von Wochen, allerhöchstens noch Monaten sein, bis auch die Probleme, die es jetzt noch gibt, dauerhaft gelöst sind. Die Tage von dreistelligen Preisen für nackte Raspberry Pi 4s, die sind jedenfalls gezählt und werden wahrscheinlich auch so schnell nicht wiederkommen. Damit seid ihr auf dem aktuellen Stand. Wenn ihr jetzt noch Lust habt auf mehr Videos zum Raspberry Pi oder auch anderen Themen aus dem Bereich IT und Technik, dann schaut mal an der Seite, da habe ich euch noch ein paar Videos verlinkt. Bestimmt ist da auch was für euch dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.